hallo meine lieben freunde ihr spricht mal wieder euer edgar einfühlsam und ich kann es kaum glauben ich sitze mittlerweile das dritte mal in einem austausch projekt zusammen mit vandalismus grüße dich halli hallo mein lieber wie wie bist du temperiert ich schätze mal deine schweißdrüsen reagieren ähnlich auf diese äußeren umstände ach ja es geht ich mag ja ich mag ja hitze ich komme mit hitze glaube ich besser klar als kälte wo mit kälte komme ich auch klar ich mag bloß ich komme nur mit grauzonen nicht so gut klar wenn es einfach alles sud ist und alles cloake komme ich eigentlich auch relativ gut klar weil ich mich dann einfach dann kann ich laufen lassen dann ist alles so dann ist das so alles wellness bereich und dann weiß ich wo ich dran bin mein körper weiß wo er dran ist und dann geht das eigentlich ganz gut besonders in fußgänger passagen da weiß man dann einfach an wem man klebt und wer an einem klebt ja aber da ich da ich ja fast nirgendwo verkehre ist das gut aber das ist gut zu wissen also ein weiterer fakt über dich den ich abspeichern kann ich hätte ich hätte ich tatsächlich so ein bisschen als grottenolm verortet einfach aufgrund verschiedener faktoren wie ich mich wie ich dich so rum zusammen romantisiere aber krass also du bist eher an 35 gradi als minus fünf gradi naja ich mag keine ich mag keine direkte sonne also ich hasse mittagssonne ich hasse oben oben sonne so ich kann aber mit hitze mit hitze gut umgehen aber sonne mag ich gar nicht ich krieg ich kann auch einfach gar nicht irgendwie ohne mütze oder fischerhut oder sonst irgendwas in die sonne wenn ich vier meter krieg sofort ein sonnenstich und ist mega eklig und mag ich auch so vom verhält also von von der licht situation von der atmosphäre mag ich das auch nicht so gerne so aber ab 17 uhr mag es dann auch von atmosphäre sehr gerne aber grundsätzlich mit hitze komme ich soweit gut klar also ich mag es auch sehr gerne wenig an zu haben also ich habe sehr gerne nichts an den füßen und mein ideal zustand ist glaube ich einfach irgendeine short das war's ja geil kann ich kann ich mit relaten ich kann immer ich kann immer ein wenig ein wenig schwärmen ich war am wochenende in einem club feiern ohne maske mit 100 menschen und zwar war das eine er guckt skeptisch war das eine studie vom max planck institut und eines unserer hiesigen techno clubs man musste sich vorher zweimal testen lassen also normal und und pcr und wenn man dann negativ war konnte man abends rein das ganze diente halt wirklich als studie um zu schauen wie man perspektivisch solche club veranstaltungen unter pandemie vorkehrungen durchführen kann und die woche muss ich mich auch noch mal testen lassen jetzt fange ich aber an zu schwärmen es war ja wirklich es ist exorbitant heiß also das heißt wir haben dort alle zu sehr aggressiven techno bässen aneinander geklebt und dann bist du raus nachts um zwei um drei passiv kiff rauch ich bin ja schon lange weg davon und wahnsinnig angenehme kalte sommernachts luft und großflächig dünnschiss gespräche auf höchstem niveau also es war wirklich traumhaft ja stelle ich mir auch gut vor auf jeden fall obwohl das aneinander kleben weiß ich nicht also ich mag es bei der hitze dann schon aber dann bin ich schon gern auch beweglich oder liegt irgendwo oder bin dann also ich bin dann schon also wir waren jetzt auch gerade in marburg am wochenende da war dann auch so dass man so am rand man konnte so am rand gehen und das ist schon cool und ich mag es wie gesagt dann mega gerne weder barfuß oder ich hasse socken sowieso und wenn man sich so ein bisschen drum herum bewegen kann ist cool ich gucke ja auch gern menschen an mit sicherem abstand aber jetzt so klub wer wüsste ich jetzt nicht also das in hitze kombi weiß ich noch nicht wieder meine emotionen zu sind aber wie gesagt für mich ist das dann hat das halt mehr so ein spa ding das ist ich einfach versucht das so umzusetzen von so einer sauna landschaft ins allgemeine so das war ja auch so im thailand urlaub so wo dann wenn du einfach weißt okay es fließt alles ich finde ja also das stinkt ja auch da nicht so hart sondern ich einfach schwitze und ich schwitze drüber und ich schwitze noch eine schicht drüber und ist alles nass und alles cool sondern dann geht das auf jeden fall klar aber ich bin auch bin ja eh zweimal geimpft also ich hätte auch so aber dann wäre ich vielleicht auch nicht gut für die studie gewesen vielleicht das nur gut zweimal geimpft bin ich auch das war glaube ich das war glaube ich kein gradmesser was das angeht ich verstehe was du meinst und ich musste mich sogar witzigerweise zurückerinnern als ich vor zweieinhalb oder drei jahren das letzte mal in dem club um die gleiche zeit bei einer techno party war bin ich nach 45 minuten gelangweilt gegangen also es ging es war einfach dieser trigger dieses feeling alle haben auch wirklich glücklich und erfüllt dümmlich gegrinst weil jeder sich gefreut hat einfach dazu sein aneinander geklebt war jetzt etwas übertrieben also der club hat ressourcen für 800 900 leute von und es waren eben nur 100 da ist also ja es war einfach so eine form von normalität und sich miteinander verbinden und glücksgefühle austauschen das hat glaube ich alle geflasht und meine freundin hat sich an soulfly konzert von vor zwei drei jahren hier in leipzig erinnert das war auch richtig krass also auch wirklich im hochsommer und man denkt dann halt immer oder viele denken man muss irgendwie die kühle suchen aber es ist irgendwie noch geiler sich so saunamäßig zu überhitzen und dann rauszugehen dieses dieses kontrast programm das macht und dann hat natürlich auch noch die musikalischen einwirkungen das stellt schon irgendwie ein sehr sphärisches feeling her ja ja den kontrast kann ich mir mega gut vorstellen wie gesagt das bei mir dann auch direkt der vergleich zum sauna bereich also zu so spa landschaften wurde dann halt direkt raus gehst nackte füße gras kommst frisch aus aus irgendein holz aus irgendeiner holz hütte und also das das ist schon episch also wo bei mir dann auch ja so die erinnerung glaube ich weiß nicht ob es eine kindererinnerung ist wo das alles noch so unverkopft war wo man einfach so körper also das hat ja für mich auch mega viel mit körpergefühl zu tun also beziehungsweise mit so einem wieder sich in seinem körper okay fühlen oder so ein freimachen so dass man halt wirklich okay hier bin ich ohne ohne das ohne mütze ohne und ohne rasiert und also so ein komplettes let go sich so komplett freigehen lassen so dass das kann ich mir sehr gut vorstellen das ist dann ja auch also dann wenn da einfach so viel wirkt also es ist einfach so eine ganz ehrliche natur oder natur verhältnisse so es ist warm schwitzen und raus und der wind und dings und so ist das dann einfach also das ist dann doch so mächtig dass der kopf halt nicht da ist so glaube ich das sei die empfindung und das kann ich mir sehr gut vorstellen und ja hast du würdest du dich als haptischen typen einschätzen und ein früheres ich deiner selbst hätte irgendwie versucht den kopf dazu zu holen oder warst du da schon immer relativ unverkopf wenn es um den genuss solcher wunderschönen simplen dinge geht nee war ich auf jeden fall nicht weil da sehr viel sachen vorher waren die das gebremst haben also ich bin halt auch nie ins freibad gegangen ich bin generell nicht gerne schwimmen gegangen ich bin also das was wo einfach so sehr viel komplexe so körperkomplexe dann irgendwann am start waren von 16 bis oder von pubertät bis naja was du sich permanent sage ich mal bis jetzt bis vor so drei jahren zwei drei jahren sich dann irgendwann eingependelt hat wo ich gesagt habe okay cool ich habe meine version hinbekommen so und so ist es cool so kann ich jetzt auch so könnte ich jetzt auch oder kann ich jetzt auch irgendwo nackt sitzen so und halt nicht so im sinne ich muss mich halt mega hart überreden und muss da gerade mir so ein so ein mindset konstrukt zusammenbauen dass dass das irgendwie geht sondern dass ich einfach sag so nee das fühlt sich grad wow ich bin so frei also ich habe das immer gehabt ich habe immer mega viel also flicken teppich systeme so von klamotten von kaschieren von also es war immer sehr stark nicht verkleidet aber da war immer ganz viel kaschierungs werk am start so dass das komplett abzubauen hat halt extra also ne so dass das alles mal weg war und ich das gefühl hatte so jetzt ist halt geil ne so jetzt fühle ich mich wohl jetzt kann ich mich halt wirklich so gehen lassen oder einfach so sein das würde ich erst jetzt so sagen wie gesagt hat dieses ganze wellness ding so was halt dann ja auch irgendwann hoch hochgekommen ist also ich habe ja früher mal schon mega gern gebadet und so das ne aber das hatte hatte mehr so ein war schon auch so genuss ding aber da war es ja alleine und dann war es halt auch viel dieses wirklich intensiv sich reinigen so was wahrscheinlich auch psychologisch einiges aussagt so und dann kam das darüber glaube ich ja das dann einfach also immer wenn wir im urlaub waren dann waren wir immer so geguckt wo sowas ist also da war ich noch gar nicht so auf sauna aber dann war es so mit heißen quellen und sowas also der umkehrschluss so von der badewanne auf irgendwelche coolen natürlichen sachen wo noch die hemmschwelle auf jeden fall stark drin war mit irgendwie ins schwimmbad gehen oder so und dass das wäre noch nicht gegangen und dann mit massagen dann teilweise schon fing das an und so dann und dann ist so ein komplettes körperding irgendwie hochgekommen aber gar nicht so bewusst also gar nicht gesagt ich gehe das jetzt an sondern es ist so ein bisschen bisschen passiert und dann war es unheimlich geil so und dann habe ich das auch zelebriert und das hat auch mega viel mit meinem meinem wohlgefühl gemacht da dass das irgendwie fertig bekommen zu haben oder gut gut eingespielt zu haben so und nach da da bin ich dann halt auch habe das halt auch todes zelebriert also deswegen ich habe dauerkarte sauna ich teste teste alle hammams und wie gesagt war in japan dann und korea in so mega krassen sauna komplex und seitdem bin ich ja voll am start ja ja das todes alter das beste seitdem ist das richtig cool also hat mir auf jeden fall sehr viel von meinem körper selbstwert wohlfühl gefühl dass du meinen frieden damit gemacht habe das ist richtig richtig gut gerade ich schließe da also erst mal lieben dank für diese wunderschön ausformulierte antwort und und ich schließe da irgendwie auch so viel draus weil du hast ja auch in bezug auf die körperlichkeit oder den selbst umgang damit auch so die daraus gewonnene einsicht leichtigkeit und selbstwertgefühl beschrieben oder vielleicht weniger selbstwertgefühl ja vielleicht leichtigkeit und freiheitsempfindung eher was ich faszinierend finde weil man erarbeitet sich irgendwie neue gravitation zu seinem umfeld oder auch zu sich selbst und kann dann viel mehr genießen zum beispiel nackt zu sein oder sich in solchen habitaten aufzuhalten im umkehrschluss büßt man aber halt auch andere unbefangenheiten ein die man so als junger junger mensch gehabt hat und findet dann in bestimmten lebensphasen wieder dahin zurück und wird wieder entkoppelt ja also das ist so diametral zueinander und trotzdem ist man ja man selbst weißt du was ich meine also dieser dieser pool der ambivalenzen aus aus unbefangenheiten und verkopftheiten aber was was büßt man jetzt ein also meinst du im jetzigen ding büßt man was ein also mir geht es wirklich nicht nur um die körperlichkeit oder das gefühl zu dem eigenen körper sondern das ist ja auch eine einstellungsfrage ja ich mache das thema ein bisschen größer wir haben noch gar nicht direkt vertont warum wir uns zusammenfinden deswegen will ich jetzt nicht vorgreifen ins album aber das bezieht sich ja auch auf inhalte sozusagen also simpleres beispiel daran arbeite ich ja auch mich zu simplifizieren du genießt für dich den umgang mit deinem körper so wie du ihn gerade beschrieben hast und hast vielleicht aber auch andere dinge die weniger unbefangen sind so wie du sie als kind leben konntest weißt du was ich meine also das war es sorgen gewisse sorgen gewisse betrachtungswinkel auf das leben verlieren an leichtigkeit weil du zu viel weiß weil du globaler blickst und so hast du vielleicht für dich als individuum und deiner person was kann ich von mir erwarten was bin ich was bin ich nicht so eine gewisse betriebsroutine aber dein sichtfeld nach außen hat sich automatisch vergrößert womit du zum einen die leichtigkeiten und selbstliebe erarbeitet ist im zuge der lebenserfahrung und auch sage ich mal der arbeit die du an dir selbst betreibst ja aber auch durch das bewusstsein vieler faktoren von außen kannst du dich einfach einfach weniger abgrenzen und tauscht so gewisse professionalitäten als erwachsener und den selbst umgang ein gegen ja bestimmte unbefangenheiten die du nicht mehr hast als als kind also darauf wollte ich letztendlich hinaus aber dass das wie ich bin mir noch nicht sicher ob ich komplett verstanden habe aber ich sage mal so wie ich also so aber das sind ja einfach parallele baustellen die die ich sowieso die ganze zeit mitgetragen habe und bis jetzt also da gab es ja ich verliere also entweder meinst du jetzt dass ich dadurch dass halt mehr mitkriege was von außen ist dadurch dass mir was weggenommen wird also dass mir dadurch dass mir probleme weggenommen wurde dass ich mehr speicherplatz für außen habe aber das würde ich eigentlich nicht sehen weil es war ja immer eine egozentrische auseinandersetzung oder ein handicap und wenn dieses handicap wegfällt also ich habe ja nicht jetzt dadurch probleme dass ich mich jetzt mehr mit den körpern von anderen beschäftigen kann oder mit der freizügigkeit oder probleme also das sagen wir mal so dass wenn das dann irgendwie 20 jahre ein problem war für jemanden oder da dieser struggle oder die auseinandersetzung sage ich mal dann ist das schon so auf ein selbst eingeschoben eingefroren dass es sich dann sich dann auch nur für sich selbst löst und dann auch für mich alleine nur gut sein kann so und alles was dann darum kommt also ich empfinde nicht dass ich dadurch jetzt einen weiteren blick habe der mir mehr stress macht und wie gesagt eine unbefangenheit eine kindische und kindliche unbefangenheit war dann da ja schon lange nicht mehr und eigentlich war es auch noch nie also ich kann mich nicht erinnern dass wirklich als kind ich so komplett free war und dann so ja ich laufe nackig durch den garten durch den rasen sprenger das ist so weit weg dass ich mich da nicht daran erinnern kann das war glaube ich einfach nur nicht nachdenken und jetzt ist und ab da es ging schon relativ früh los dass da handicaps waren und ich mit den handicaps auseinandergesetzt habe so und deswegen habe ich da ja habe ich nicht nicht die erinnerung an eine ein freiheitsgefühl was das was körper angeht ja ich weiß nicht ob das das getroffen hat was du meinst ja ich habe vielleicht habe ich zu schlecht abgegrenzt dass es mir gar nicht rein um die körperlichkeiten gegen also sprich die schilderung deiner reise zu dem was du jetzt aktuell lebst und und wie du auch den umgang mit deinem körper oder auch den besuch in wohlfühl situation ob das nun sauna eine sauna ist oder dass das freibad oder wie auch immer dass du dir das ja scheinbar erarbeitet hast ja also da ging es mir einfach nur wirklich um dieses ding dann habe ich gleich adaptiert und habe überlegt ja das kenne ich damit kann ich mich verbinden ich wie wie ich so meinen entspannteren selbst umgang gefunden habe egal ob jetzt mit meinem körper oder auch mit gewissen charakteristischen eigenschaften für die ich mich früher vielleicht geschämt habe und habe dann innerlich weiter gedacht aber krass wie wie konträr dazu man sich an manche in bestimmten aspekten auch verkopft ja also in anderen lebensbereichen ja also spricht man erspielt sich leichtigkeiten und verkopft sich eben woanders ne also ich meine du kannst ja auch nicht an allen fronten und baustellen zugleich an dir arbeiten okay also du du meinst man schafft stärkeren kontrast dadurch also dadurch dass du dich an einer stelle so locker machst fällt ja auf wie verkrampft du an anderer stelle bist quasi und vorher wenn es einfach verkrampft verkrampftes super produkt war dann ist es nicht nicht ganz so schlimm aber auch auch das kann ich ne würde ich auch nicht nachvollziehen können fühle ich nicht weil das ja gerade was unverkopftes ist also ne ich fühle ja dann in diesem gerade in dem bewusstsein vom körper und dings ist ja ganz viel kopf weg was ja ein großes ding ist auch bei mir als kopf mensch so und es hilft mir eigentlich eher dass dann auch immer so ganz bisschen zu übertragen oder zu merken so ach guck mal das hat sich gelöst vielleicht geht es ja in anderer sache auch so und ich bin ja auch gar nicht so also beziehungsweise ist das ja auch eine sache die zufällig auch parallel gelaufen ist also ich habe ja auch relativ viel kopfmäßig aufgearbeitet in den letzten drei jahren so sehr intensiv und da ist es von der seite von der therapeutischen seite auch besser geworden und parallel ist das auch gut geworden das hat sich nicht gegenseitig begründet aber es bezuschusst sich eigentlich ganz gut und so die anderen bisschen kopfwahnsinnigen sachen sage ich mal die ja nicht so belastend sind sondern wo ich sage was so ein bisschen in das rein hörten geht so wo ich das ja auch ein bisschen an und ausschalten kann da ich sage so okay ich spleen mich jetzt da rein in so und versucht das mal alles so mega empathisch zu sehen das kann ich auch ausschalten wenn ich wenn ich es will ich kann auch mega gut dazu bin ich auch zu viel kiffer gehirn ich dass ich zwangsläufig auch voll viel sachen einfach ausblenden kann und also ich kann mich halt mega schnell auch in dämlichkeitsmodus fallen lassen so weil das einfach ab und zu auch so ist es einfach nur so korrekt alles gut das geht halt auch vielleicht vielleicht hast du es einfach generischer bearbeitet das thema also sprich im kern im kern der sache und das überträgt sich dann eben auch auf andere lebensbereiche wie gesagt es ist eigentlich eher zufall gewesen es ist ein bisschen zufällig gelaufen dass das große ding war halt das kopf aufräumen schon oder das kopf an arbeiten so und das andere ist halt parallel passiert so dass das war jetzt nicht ein großes konzept so das war auch nicht irgendein therapeutischer ansatz sondern es hat sich mehr zufällig ergeben und war dann ein schöner hat sich halt auch noch wie gesagt dann gegenseitig ein bisschen gestützt sodass das dann gemerkt hast auch cool ich habe hier ein ding wo ich richtig schön nur fühlen kann und auch da gut aus dem kopf rauskommt andererseits habe ich auch gelernt schon mehr aus dem kopf rauszukommen und dann war das einfach so ja ich glaube ich habe die man adaptiert da wirklich sehr darauf wie man selbst ist an der stelle also selbst natürlich hatte ich wollte ich dir jetzt nicht unterstellen dass den strategischen plan hattest das eine führt manchmal zum anderen und unterm strich erscheint erscheint das dann einfach nur folgerichtig wie sich das dann miteinander verbindet wenn ich es ganz konkret mache kann ich nur sagen dass ich mir in bestimmten lebensbereichen unter dem multiplikator diverse faktoren selbstliebe erarbeitet habe und an anderen stellen weil einfach die äußeren umstände sich in diesen zwei bis drei jahren verändert haben auch wieder andere neue baustellen eröffnet habe die weniger von von leichtigkeit und unverkopfheit geprägt sind und dass das hat mich nur fasziniert also wahrscheinlich habe ich einfach nur was raus destilliert aus dem was du beschrieben hast was mir gefallen hat was ich so kenne und war irgendwie fasziniert davon im vermeintlichen erwachsenen dasein wie gefühlt in meinem eigenen leben dass eben nicht auf oder diese leichtigkeit nicht auf jeden lebens auf jeden lebensbereich übertragbar ist es ist es ja bei mir auch nicht also beziehungsweise kann kann ich eigentlich mehr dass dass man merkt so wenn man dann auch so zwiebel mäßig schöpft so dann kommen da drunter noch mal sachen so die dann klar die die ganze zeit nicht rausgekommen sind wurde denkst alter ich bin hier schon voll am arbeiten und bin eigentlich gut und gibt mir auch richtig mühe und hier richtig ins eingemachte und jetzt geht es mir plötzlich beschissen als vorher so oder jetzt habe ich plötzlich jetzt habe ich plötzlich fünf probleme wo ich vorher dachte sind halt nur 2,4 so aber auch das auch das ist mit ein bisschen vernunft dann schon ja okay es fühlt sich jetzt unfair an und ich kann jetzt auch mal den controller an die wand schmeißen dafür also so einen klassischen einfach nur ausraster haben so oder dass das dass ich das jetzt gerade scheiße finde so aber wenn dann schon die vernunft greift und sagt ja ist jetzt kacke so aber du weißt ja dass das so ist und dass das auch was gutes ist weil dann kommen die vier dinger die du da schön noch drunter gegraben hast wo wahrscheinlich noch acht andere drunter sind so es ist aber was gutes so du bist jetzt endlich zum zahnarzt gegangen so so ist es dann ja durchaus auch herrlich also es wäre gelogen wenn ich meine interviews immer minutiös durch plane aber auf jeden fall auch ein aus einer der betrachtung der nacktheit und hitze heraus erst mal so ein opener zu finden ist auch mega lustig ich hätte niemals gedacht weil wir haben uns das letzte mal knapp vor elf monaten unterhalten zu deinem letzten album als vandalismus und da hast du ja auch im podcast von mir eine umgedreht von kollege hartmann und mir gesagt dass du gar nicht so ein typ ist der der ja immer zigtausend tracks rumliegen hat und die dann zu sich zehn zwölf rauspicken das ist das album sondern immer auch relativ finnisch bist nach einem album und diese diese fertigphase dieses gefühl das projekt abgeschlossen zu haben dann auch den kreativen nährboden für das nächste stellt umso positiver war ich überrascht also der turnus ist nicht unüblich für dich aber war ich habe es noch nicht gefühlt es war für mich noch nicht im zyklus sozusagen dass du dein dein nächstes album bombers von burundi angekündigt hast oder es ist bombers über burundi tut mir leid ich habe so ein kopfschritt bombers from burundi genau genau angekündigt hast und ich war auch super neugierig da du verlautbar verlautbart ist dass dein umfeld geäußert hätte es wäre es wäre düsterer geworden ja war das das letzte album gloria und schwefel dann doch einfach so ein erfrischend freches album habe ich mich so gefragt was okay er hat mich er hat mich was 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 wird das ja was was mag er damit meinen und hat mir sogar auch als innerer fan weil das das zweite vandalismus albums oder krasse steigerung noch mal zu dem ersten war so ein bisschen milde gesagt okay vielleicht ist es der weg zu dem nächsten großen meisterwerk und war dann war dann überrascht dass es so gut ist aber auch nur aufgrund des von mir eben dargelegten gedanken gedankengangs und jetzt einfach mal die frage wie war so der hergang wie wie kamst du so zu dem resümee dass es signifikant düsterer ist als oder oder ist es nur das was dir so wiedergegeben wurde ja das war ich glaube die zwei leute die es gehört haben haben das gesagt aber hauptsächlich habe ich das glaube ich war das so ein angriff nach vorne also dass ich das so empfunden habe so ich meine ich habe ja jetzt eine gewisse bandbreite sage ich mal zwischen dem was ich sonst gemacht habe so das erste vandalismus album was in meiner sicht dann völlig prollig und überhaupt nicht düster war was andere natürlich auch also so in meiner range so in meiner range hatte ich das gefühl okay das war sind einfach wieder ein bisschen ruhigere tracks ruhige tracks heißt für mich automatisch ist es düster weil ja ja einfach keine also die haben ja alle ein bisschen rufferen beigeschmack so und wenn das dann ruhig und ruff ist dann ist es automatisch düster so was nicht unbedingt sein muss aber was ich halt so empfinde oder was denke ich mal auch der auto normal durchschnitt auch so sehen wird und ja und wie sich das so ergeben hat war halt einfach nur ja das war glaube ich dass das un album un albums un album mäßigste um un album stick bum stickste schönes adjektiv ja finde ich auch also war halt einfach war halt nicht so jetzt muss ich hier und mein content und ja und ich muss dran bleiben ja jetzt muss hier sondern ich glaube ich habe zum ersten mal wirklich nur ein album gemacht um ein album zu machen also von der also ich war glaube ich noch nie so künstlerisch rein im verhältnis weil natürlich trotzdem sonst auch immer noch ein kleiner kleiner geilheitsfaktor so von wegen cool vielleicht feiern das leute und es macht spaß und ich will ich will interagieren und also jetzt nicht nicht nur fürs ego aber ich sage mein einfach das mischverhältnis von dem sich ja keiner freisprechen kann aber dass man sagt ja das ist ich bin gerade auch so voll drin so man ist auch wieder ein bisschen so connected da so eine nicht dass man jetzt denkt ich mache das jetzt nur so fürs ego sondern ging es schon immer um die sache so aber dass man das gefühl hat sich bin auch gerade so cool das läuft ich bin fühle mich gerade so als teil von irgendwas auch auch nur als rand randhaus meister aber das verhältnis war jetzt gerade einfach nicht relevant aus war nicht so dass ich mich jetzt irgendwie mal wieder mega total ausgeschlossen von der rap szene gefühlt habe wie man das als künstler gerne macht aber es ging halt einfach gerade gar nicht darum so das war jetzt einfach wirklich nur ich habe bock was zu machen so wirklich nur ich will das wirklich nur machen und ich weiß ja auch dass also das feedback auf das letzte album war richtig cool und ich glaube das wird so in meiner range nicht mehr topper sein so weil sich ja trotzdem eingepegelt hat so also dass da jetzt auch nicht dieses vielleicht oh nein und vielleicht macht die juice doch noch mal eine cover story und weißt du also das ist halt auch so ein bisschen over und auch auch mein 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 schmerz da ein überschaubarer schmerz ist da auch relativ gesundet so so dass das gefühl hatte ich habe glaube ich noch nie mit so einer ehrlich weil du dich nackt weil du dich nackt wohlfühlst und da schließt sich jetzt der kreis ja im endeffekt habe ich ein nacktes album gemacht so obwohl es im entfall für die definition ja früher sehr viel nackiger war im sinne von krasseren inhalten aber so von herangehensweise war es einfach so ich hatte jetzt einfach bock mucke zu machen auf die er für mich ehrlichste dazu muss man mich jetzt kennen sowohl also vom output als auch vom persönlichen so das hat jetzt die die wenigsten ansprüche für mich oder die wenigsten erwartungen gehabt so ja und dann ist das so entstanden das ist das gefühl ja cool cool also erstens ich hätte natürlich gehofft du hättest einfach nur gesagt das ist wirklich mein bestes album geworden und zweitens ist es ist es ja das was ich vom gefühl her beschreiben wollte man ich habe mir nach unserem interview das letzte album dann auf platte bestellt ich lasse alben auch gerne altern bei mir und hör sie immer noch mal also habe tatsächlich das ding glaube ich im januar oder im februar entschuldigung das letzte mal drehen lassen bei mir in der küche auf platten teller und war habe irgendwie noch so voll in dem alten ding gelebt und dann tauchen logischerweise das hat aber nichts mit dir zu tun so ist so momente auf wo du so dieses dieses gefühl hast krass was 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 soll jetzt noch kommen ja also wie gesagt das hängt null mit mit dir zusammen sondern du kannst dir nicht vorstellen dass jetzt in so einem kurzen abstand etwas kommt das vergleichbar ist in dieser gefühl situation ja also mega subjektiv und dann habe ich was ganz anderes bekommen was was ich nicht erwartet habe irgendwie doch die signatur trägt aber einfach der abgriff ja in einer version deiner selbst ein jahr später ist und dass dieses wenig strategisch geplante oder mit mit irgendwelchen altmotivatorischen triebfedern behaftete dass das das fühlt man ja also ich würde ich wir können dir gerne irgendwie meine juice basteln mit mit cover story liebend gern sogar eine spezialausgabe vielleicht auch eine hip hop bravo bravo hip hop bushido und co hatten ja auch immer ihre ihre eigenen ihre eigenen aussagen so mit teppichmesser boys postern und 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 dem ganzen dem ganzen shit ja aber nein ich bin und das will ich gerne auch noch an manchen trackbeispielen vertiefen einfach positiv überrascht positiv auch insofern überrascht man hat schon deine sprachbilder für die man dich schätzt und liebt und die doppelten böden aber es ist doch es ist doch wahnsinnig direkt an manchen stellen also ich habe so das gefühl ich weiß nicht ob das bewusst war aber bei tracks wie menschen fressen menschen über den möchte ich auch nachher noch mal tiefer sprechen so das lehnt sich auch an das was du gesagt hast denkt man okay also hier wurde sich irgendwie überhaupt keine rübe gemacht irgendwas zu kaschieren oder oder in drei verschiedene schichten einzupacken sondern hier wurde irgendwie frei von der weber leber weggearbeitet und und das erinnert dann genau an manche alte degenhard alben bloß einfach auf einem level dass dich vielleicht nicht auf die art nackt macht wie sie dir nachträglich ich würde nicht sagen schaden könnte aber vielleicht auch doch noch mal irgendwie kopfzerbrechen bereiten könnte und es ist einfach einfach irgendwie ein hybrid aus diesen verschiedenen sachen und was jetzt schon immer eifrig genickt und deswegen beende ich jetzt meine redezeit ja klingt und klingt total schön ich würde vorab trotzdem oder beziehungsweise wenn du jetzt gleich noch mal reingehen willst also erstmal danke aber also also zwei fragen die jetzt doch wieder sehr egozentrisch also heißt das du findest das jetzt besser als das davor oder findest das ist weil du was anderes erwartet hast oder dich etwas überrascht war dass das dann nicht so düster also beziehungsweise die zweite frage ist dann findest du es gar nicht so düster im verhältnis oder findest bla also ist ja auch egal im endeffekt ist geht es ich finde nein 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 ich will ich will die beantworten das ist auch geil wenn der künstler mir fragen zu meinen fragen stellt das ist ist ja auch eine einzigartige symbiose was wir jetzt aufrufen also zum einen nee es ist es ist es hat kraft so also es ist düster heißt für mich immer hat er ist auch so mannigfaltig auslegbar also es kann weiß nicht so kann mich runterziehen aber nee es ist einfach eine wohlige impulsive progressive melancholie an aber auch nur als eine nuance die die mir aber eher auftrieb gibt ja und b es ist ich war einfach mal wieder auch ich bin vor kategorischem denken nicht gefeit und und lerne da wieder immer an mir selbst das ist einfach an diversen punkten nicht angebracht ist manchmal ja wenn da doch irgendein künstler aber der bist du mich in deiner einzigartigen couleur für mich ja nicht aber trotzdem läuft man da gefahr halt immer wieder das gleiche macht und sich wiederholt ja so also ist bei manchen abgegriffen bei manchen auch okay weil man genau das bekommt was man liebt aber es ist einfach es spielt ich muss es gar nicht damit reinnehmen in keine erwartung und auch in kein kategorisches denken ist es steht für sich als als individuelles werk und hat mich überrascht und weist kohärenzen nur insofern zu dem voralbum auf dass der gleiche artist dahinter steht okay cool also es hat seine berechtigung so schnell es hat seine berechtigung so schnell ein album wieder gemacht zu haben ja ich werde mich nach meinem nach meinem siegel gefragt hättest ich hätte es dir gegeben ja korrekt das reicht das ist doch schon ja finde ich super dankeschön ich finde ich finde viele punkte recht spannend also ich mag ich mag einfach zumindest auch wiederkehrende elemente den sanftmütigen proll der in vielen tracks immer so als als grundgeschichte durchkommt und und auch die dahinter versteckten motive bevor ich referenz auf den den ersten track ninja oder ninja nehme ich habe schon mal so ein bisschen versucht das grundgefühl in mich aufzunehmen und dann noch mal so ein bisschen verbindung zu schaffen burundi afrikanischer binnenstaat sehr krass militarisiert gibt mir einmal ein bisschen so etymologie zur zur titelfindung das habe ich nicht zu 1000 prozent durchstiegen nicht zu 1000 prozent durch die durchstiegen also ich kann mir ja genau ich ja das das ist leider das hätte das werde ich beim nächsten album auf jeden fall überdenken dass ich mir da selber so ein interview flop halt selber gesetzt habe weil das ich meine das ist halt relativ cool weil ich bisher in den interviews die ich dazu gegeben habe dann halt auch immer geile definitionen bekommen habe die ich dann leider auch bezug auf das dümmliche vorher dann überhaupt nicht erfüllen konnte und ich meine natürlich egozentrisch das dann schön fand weil jemand anders denkt dass ich voll krass bin und schlau und dieb aber dann natürlich mich ein bisschen bisschen schlecht gefühlt habe weil ich natürlich dann so ne also der titel ist einfach nur eine homage an eine trash metal band die bombers von burundi und um umkehrschluss also ich habe mich dann mindestens noch mal schlau gemacht ob ich mir da nicht irgendeine political sache irgendwie ans bein binde also dass ich weiß dass das dieser kleine staat ist und dass es da nee komm ich versau ich mir das direkt wieder so ich habe nur geguckt dass es nicht irgendwas unkoscheres ist so und ja und habe schon ganz geile definitionen davon gehört so im sinne von ich glaube das letzte war bei krachfink wo sie sagte das kann man auch so sehen ich hoffe ich mache ich mache die zuweisung jetzt nicht falsch oder war bei most dope weiß ich nicht genau dass sie gesagt hat ja das ist ja dieser mega arme inselstaat und man kann das ja definieren als bombers von burundi also das so dass die die schwachen schlagen zurück also dieses ärmste ärmste land der ärmste staat schlägt halt massiv zurück gegen ja gegen die reichen gegen die bonzen was auch eine sehr schöne definition finde leider habe ich nicht so deep gedacht sondern habe mir da einfach ne das habe ich jetzt aber ist cool das werde ich wahrscheinlich im interview dann sagen so also für mich geht es dann immer viel darum mich halt bei einem neuen projekt ich muss das projekt schon also wenn ich ein neues album mache oder so dann brauche ich so ein brauche ich so einen rahmen so eine so ein so ein so ein etmo rahmen für mich selber so und dann ist halt der arbeitstitel sehr entscheidend dann ist ein vorab cover sehr entscheidend so dass ich mich da schon mal irgendwie ganz sowohl angeregt fühle als auch schon so ein stil habe nur für mich ganz alleine dass ich so weiß was was das so wird so und dafür war das ein sehr guter inbegriff und deswegen ja ist dann ist das dann manchmal halt auch weniger deep im album titel als mir halt einfach eine rahmen stürze um in guten tun zu kommen oder oben das gefühl zu haben ich mache da was 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 ich auch cool finde was ich eben nicht einfach nur wiederholt sondern wo man sagt da das ist jetzt ne das ist jetzt nochmal so zwei abstufungen woanders lang und das hat jetzt seine berechtigung das so zu machen dass ich einen bock hätte ein album zu machen was diesen spirit sage ich mal ganz eklig hat ja ja aber du den schuh musst du dir jetzt nicht alleine anziehen also ein hingabe voller journalist hätte ja auch vorher recherchieren können dass es sich um eine fresh metal band handelt als 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 ein beispiel und ich finde auch quatsch immer alles miteinander verzahnen zu müssen also ich habe das als ich so ein bisschen in deine sprache eingestiegen bin auch versucht an manchen punkten um vielleicht die frage zu stellen die noch keiner gestellt hat oder die für dich auch inspirierend ist aber ich habe auch den eindruck alles muss auch nicht ent mystifiziert werden also dass in früheren vorbereitungsstrategien habe ich dann irgendwie doch noch versucht dass hinter jeder zeile stehende bild im bild im bild im bild zu zu entdecken aber vielleicht sind gewisse dinge einfach ein inneres ästhetik empfinden also auch was was einzelne lines angeht und bestimmte gefühlssituationen zu beschreiben ich habe den eindruck bei manchen liedern okay ihr hat ihn von vorne bis hinten ein stringenter gedanke getrieben wie zum beispiel bei menschenfresser menschen oder halt auch ein bestimmtes lebensgefühl eine atmosphäre ein inneres ästhetik empfinden dem tag dem moment oder einer bestimmten sphäre gegenüber ja das stimmt schon also dass das ist auf jeden fall das was ich ein bisschen verändert hat oder was du auch an eingangs meint ist so dass auch glaube ich die diese neue nackigkeit ich hatte irgendwie ganz lustiges bild im kopf also so dass man halt früher sagt ich traue mich nackig zu sein dann heißt das aber ich muss fünf bier getrunken haben und muss mit meinen jungs oder irgendwo auf einer bühne und ja so dann ziehe ich mich aus da die form von nackigkeit oder einfach zu sagen boah cool guck mal ich liege auf der wiese irgendwo vor irgendeinem onsen und bin halt punkt 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 die privatperson und fühl mich halt cool so und bin halt sehr nackt so aber guck halt guck halt in die sterne dabei also also so eine ja genau als jetzt ist jetzt doch irgendwie dramatischer geworden im bild als ich es in meinem kopf hatte oder 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 poetischer so poetisch wollte ich das gar nicht haben aber ja genau aber ein arsch im gras war ja aber lustiger lustigerweise habe ich mir das im vorfeld schon überlegt dass ich schon so so passiv aggressiv dann wenn mich dann schon journal dir fragt und dann was heißt denn der titel und ich dann habe mir schon irgendwelche frechen antworten überlegt wenn ich wie persönlich angepisst ich sein muss wenn dann noch nicht mal gegoogelt wird und du warst ja immer die speerspitze der schlauen und dieben interviews lustigerweise bist du jetzt der erste das nicht wusste das nicht gegoogelt hat aber ich habe ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich burundi gegoogelt also ich kam nie ich kam nie auf die idee das album also diese drei wörter zusammen zu googeln weil ich das irgendwie als eigenwortschöpfung deinerseits gemutmaßt habe ja ist auch vollkommen logisch jetzt wo du das sagst finde ich das auch wie wie mega krass anmaßend das ist davon auszugehen dass jemand also auch also wie dumm egozentrisch das ist zu sagen ja hast du nicht mal meinen album titel gegoogelt komplett so hä warum sollte man warum sollte man das nee warum sollte man das auch tun andererseits also was in meiner denke vorher vollkommen sinn gemacht hat und ich aus meiner sicht vollkommen zu recht angepisst wäre wenn ich irgendein halbherziger rap journalist mich einfach nur gefragt hätte so eine double league welt aber natürlich ist es völlig banane so warum ja nee cool finde ich auch wieder cool also danke danke für diese erkenntnis meiner egozentrischheit egozentrisität egozentrik ja wahnsinn also wenn ich nicht wüsste dass dass du einfach irgendwie in meine richtung aufrichtig bist hätte ich jetzt auch da wieder eine meta ebene gesehen an der stelle ich habe ich habe damals tatsächlich auch gedacht es sind so verschiedene phasen ich habe mich mal so eine zeitlang so richtig streber streber mäßig vorbereitet ja wie ich vorhin gesagt habe und versucht alles zu ergründen und dann irgendwann konstatiert dass sich die charmantesten gesprächssegmente an den stellen rauskristallisiert haben wenn es eben um um nicht vorbereitete segmente ging ja an der stelle das ist nicht statisch manchmal ist es also ich würde niemals irgendwo rein gehen oder mit jemandem sprechen ohne ein gefühl zu haben das ist ja auch das tolle ich mache es nicht hauptberuflich da muss irgendeine passionierte verbindung herrschen und das ist für mich irgendwie der der oberste gradmesser an recherche und auch die liebe die ich an gewissen punkten gespiegelt bekommen habe ja dass jemand dann doch irgendwie dankbarer ist mit jemandem zu sprechen der nicht unbedingt mit jedem spricht aber besser als abgefertigt zu werden von einem studenten der für 30 euro eine rezension schreibt und du einfach nur denkst hau ab naja aber das baust du ja trotzdem auf also wenn wenn du gut recherchierst dann machst du machst du eine schöne machst du ein schönes sofakissen und da können dann die da können ja die locker flockigen spontan da da ist eine situation entstehen aber die würden vielleicht gar nicht entstehen wenn du dem anderen nicht diese wertschätzung entgegen bringen also weil es ja doch eine form von wertschätzung ist so und wo jeder dann ja hat sich ne also viel ist meine künstler ich fand ich fand es einfach ja ich fand es einfach schön dass du ja sage ich mal meine hirnlücke nicht den gesamten album titel zu googeln deiner egozentrik beigemessen hast da bin ich da bin ich gut weggekommen also auch auch lieben dank an an der stelle gerne ist ja auch so wie gesagt es war ja vorher anders also vorher wäre ich ja davon ausgegangen dass das ist auch irgendwie selbstverständlich ist dass das macht dass man das macht aber eigentlich jetzt wo du es erklärt hast okay ja lass uns nicht daran so lange drauf halten aber cool doch wir müssen da noch also mindestens zehn minuten noch mal genau an dem thema ich finde ich finde die sound situation super interessant ich glaube das kam auch schon mal in in einem deiner post oder dem umfeld dass beats mit trap anleihen neben sehr rotzigen gitarren verzerrten beats stattfinden also nichts nichts neues aus deinem umfeld aber ich finde die nach wie vor sehr sehr erfrischend ich hatte jetzt noch kein noch kein inlay in was ich tiefer gucken konnte aber ich schätze mal vielleicht hier und da wieder jay beats ähm an an mancher stelle äh dich 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 selber wenn ich das das war doch so oder dass das kann auch schon mal passieren dass du für die sound situation mit verantwortlich gar nicht ne es habe ich einmal gemacht weil ich weil ich es einfach mega frech fand da habe ich aber irgendwas von juli geloopt und einfach nur darauf gerappt und dann habe ich mich als beatmaker drunter gesetzt so weil ich es einfach einmal machen wollte nee äh ich fuchtel da immer gerne mit rein naja weil es total cool ist ich es aber nicht kann und ich also nicht die ruhe dafür habe ich habe es zwar schon habe schon ein paar anläufe gehabt und vielleicht klappt es ja dann irgendwann auch noch mal aber ähm äh ne aber ich fuchtel halt so immer schon viel mit mit rein also ich bin dann schon aber eher der nervsack der dann sagt boah das sample muss auf jeden fall irgendwie da rein und äh ne mit dem schacke schacke sample das ist äh wirklich der vierte anlauf gewesen äh das irgendwo in dem beat zu ballern ähm also meist komme ich dann mit irgendwelchen verqueren sachen die dann halt sehr schwer oder auch äh meist auch dann vom ergebnis auch nicht so gut werden weil ich da auch so ein dilettantismus habe und sag so guck mal hier die hook von der kanadischen oil band die würde ich unheimlich gerne klauen aber das funktioniert einfach überhaupt nicht und weder kriegt man es hin so in in älterer vergangenheit äh oder sagt man jünger ne in älterer vergangenheit äh habe ich dann immer auch mal gemacht aber das ergebnis ist dann halt auch einfach nicht gut geworden weil es einfach total äh ich dann die beatmacher so lange genervt habe oder wir haben dann so lange rumgefrickelt aber ist dann für das ergebnis auch nicht so geil geworden also so ja und ich habe ja das ja frag du erstmal nö achso ja ich wollte nur fragen ob das äh erspielte narrenfreiheiten oder dein äh dein teddybär charme ist der dann dazu führt dass das entspannt entspannt von der hand geht bei deinen handwerkern äh keins von alledem nichts geht entspannt von der hand und keiner hat mich gern also nicht nicht in der situation also ich würde selbst selbst so ein todes entspannten super teddy wie jay bass habe ich dann trotzdem ich habe sogar ich habe schon geschafft dass er dann auch ab und zu mal so ansätze von genervtheit geäußert hatte was bei ihm so nah einem emotionalen meltdown ist so also na was er natürlich komplett ab verneinen würde aber ich spüre das ja nee kann dann halt auch relativ anstrengend sein so aber ich versuche es halt besser zu machen als früher so man dann halt irgendwie verkrampfter oder mit bierbestechung oder so mit passiv aggressivität irgendwie gemacht hat sondern ich weiß dann schon immer meinen umstand und versuche das auch so ein bisschen zu begleiten und lass dann auch mal wieder locker und höre dann auch mal auf tipps wo jemand sagt hat klingt bekackt so lass das nee lass das mal weg tun und dann bin ich auch nicht so was für ein mann und bin dann auch erst mal beleidigt und emotional verletzt und die die war das hat sich da auch schon gebessert so auf jeden fall aber grundsätzlich ist das schon eher anstrengend aber oder zwischen klappen auch manche dinge ganz gut glaube ich ja aber dann meistens so am scham des anfangs oder dem zauber des anfangs vorbei also gerade wenn filigranisiert finalisiert wird und also der erste der erste moment der verliebtheit das werk ist noch unausgegoren und kann in alle richtung wandern ist ja doch ein sehr ein sehr treibender part ja aber das ist das war also es ist jetzt eigentlich offener geworden also früher war das noch nervig akribischer dass ich dann eigentlich immer schon alles wusste und habe mir dann halt von hero die beats genommen und dann war immer schon also das war aber auch aus einer todesunsicherheit heraus und aus aus einer scham und unsicherheit also unsicherheit auf die situation scham fürs eigene können so dass ich dann und dass ich das nicht für mich beansprucht hätte so und dann als also erst war das dann habe ich irgendwann getraut mich in anspruch zu nehmen so nachdem ich dann zwei alben gemacht habe dann war es aber einfach nur anstrengend da war die scham weg und dann habe ich ja klar mach das mal so hier und kommen bitte 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 und das muss so dann war ich halt einfach nur anstrengend und jetzt war es dann so langsam dass ich dann auch schon darauf höre und auch merke ja geht jetzt auch nicht darum das ist jetzt gerade keine mega nummer eins single und das wird schon irgendwie cool werden und kann dann auch jemand anders hören oder kann auch sagen ja gut dann lass den sample halt weg so oder dann ja ist jetzt geht nicht mehr darum ich habe es voll oft geschafft meine lieblinge irgendwo unterzubringen und ist auch cool wenn das jetzt halt einfach nicht mehr klappt dass ich irgendwie typo negativ irgendwo eingebaut bekommen also auch wenn ich es jetzt dann geschafft habe oder oder irgendwas was für mega was bedeutet irgendeine tschechische skarband oder was auch immer dann muss ich sag ja okay aber ich werde ja trotzdem coole sachen machen und früher war das so okay ich habe vier sachen und diese vier sachen die sind total komisch und die müssen auf jeden fall da rein und dann wird das alles oh gott oh gott oh gott so das war so jetzt ist das feld ein bisschen breiter geworden ja und ich habe ja meistens was ich von sagen wollte habe ich das ja jetzt glaube ich seit seit vier alben mache ich das glaube ich jetzt schon und wer jetzt auch glaube ich so beibehalten dass ich immer auch mindestens 90 80 90 prozent des des sounds fertig habe also das heißt ich pick die beats komplett fertig für ein album so und höre das als komplettes instrumental album und passt das an und guck ob das geil ist so geil ja cooler twist also ermöglichst du mir eine schöne brücke denn ich finde um die ersten drei tracks des albumen nina punk freaks kings kennen die leute als single bereits schon und schweine sonne kann man so eine inhaltliche klammer setzen oder so eine art verbundenheit abrufen also zum zum einen mag ich dass es so eine art klassischen album opener gibt mit mit ninja oder ninja je nachdem wie wie man das jetzt aussprechen mag oder möchte bloß halt aus deinem blickwinkel heraus ja also du sprichst von einer inneren gereiftheit die in verbundenheit steht mit einer inneren zerrissenheit das heißt diese innere gereiftheit einfach an dem punkt schwer auslebbar bist weil ist weil du ja du bist und also zumindest so wie ich das jetzt für mich resümiere und du oben auf der klippe stehst alles erhaben und gefühls neutral an diversen punkten von 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 oben betrachtest ausgeschmückt mit tollen sprachbildern also es wirkt so wie rück und ausblick zugleich was ja sehr typisch ist für viele alben mehr so so anzufangen aber es ist halt man spürt so ein bisschen die persiflage dahinter weil du trotzdem noch so eine gewisse unaufgeräumtheiten mit mit einstreust in diese in diese abgeklärtheit die du in manchen punkten aufruf aufrufst und zeit auch gleichzeitig damit sagst ja so erhaben über die dinge zu bilanzieren ist halt auch irgendwie widerspruch an sich also so so habe ich das wahrgenommen und das ist einfach ein schöner einstieg und viele tracks nehmen gefühlt rückkopplung immer wieder auf dieses intro und auch auf punk freaks kings ich finde manche tracks sind so krass miteinander verwandt an manchen stellen so viel hardcore als track nummer zehn sehe ich sehr angedockt an punk freaks kings zum beispiel und das das geht irgendwie schwanger mit dem was du gerade gesagt hast nicht nur die beats vorher irgendwie zu 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 picken die verwandtschaftsbeziehung raus zu kristallisieren das wird ja dann wahrscheinlich auch inhaltlich passieren oder ich habe mir das jetzt einfach zusammen romantisiert ist ja auch okay also was auf keinen fall steht was auf jeden fall ein zufall ist ist die reihenfolge also nicht ein zufall aber es ist halt nicht so geschrieben so das ergibt sich dann ganz schön und macht auch ich fühle dass wenn du das erklärst macht das für mich total außenstehenden sinn ist aber halt überhaupt nicht konzipiert weil die tracks entstehen alle einzeln und ich sitze dann hinterher mit so kleinen schnibblis und schieb und mach und habe dann parallel immer noch den player auf und guck wie die enden dann also ne die die reihenfolge ist immer noch so eine ganz große baustelle so also das ninja ist nicht als opener geschrieben sondern ist einfach als ding geschrieben so und wenn das das ergibt das ist sehr cool die verknüpftheit also ja also ich glaube ich denke mal das geschieht ähnlich wie wie der der die die bandbreite der beats also dass ich so ein gefühl habe was was ich so mag also wie viele anteile an irgendwelchen proll tracks und irgendwelchen themen tracks oder irgendwie anderen abstrusen sachen ich gerade so will und möchte und mich gerade gut fühle damit und das gerade machen zu wollen genauso ist es halt dann auch einfach vom soundbild also ich kann es ist ja dann so ich habe ja verschiedene geschmäcker ich mag ja einfach diese mega verkifften spacing beats total gerne und es war ja auch erst als reines kenji producer album angedacht und was ich aber dann gemerkt habe okay das schaffe ich auch nicht auszufüllen oder beziehungsweise war dann mein instinkt dann doch dann hätte ich mir hätte ich hätte ich mir wirklich mehr krasse geschichten schreiben müssen so und wirklich nur reine geschichten weniger von mir auch also also das hätte ein mehr fantasy ding mehr werden müssen was worauf ich eigentlich dachte dass ich auch bock drauf habe aber sich dann zwischendurch doch gemischt hat mit ach jetzt habe ich auch bock einfach hier was zu sagen und sondern es ist wieder das lustige kuddel muddel geworden was es halt ist aber schon mit einer ausrichtung immer ein bisschen mehr und jetzt ist es halt doch insgesamt doch schon ein bisschen geschichtiger finde ich was ich dann auch als düster assoziere ja genau voll ja mir ist ja auch das privileg gegönnt das gesamtwerk so zu hören wie du es halt oder der künstler per se es nie hören wird ja komplett unbesetzt nicht vorbelastet und dann halt als in sich stimmiges gesamtwerk ohne ohne irgendwelche emotionalen tiefen kerben zwischenmarker und alles zu empfinden was man sicherlich kann man sich irgendwie frei machen denke ich abstand gewinnt zu dem eigenen werk und da noch mal anders drauf blicken aber halt nicht so betriebsfremd wie 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 das jetzt bei mir der der fall gewesen ist von daher aber auch cool dass du sagst du aus außenbetrachter sich sich ist das stimmig und und interessant zu hören bevor ich zu zwei tracks die die mich komplett gekickt und gefesselt haben komme interessiert mich aber trotzdem noch mal zum beispiel punk freaks kings es ist ja du also du streust ja man kann es ja so ein bisschen so formulieren du greifst da im sample die die aussage von shaka one auf wo sind all die punk freaks kings jemand der nicht genau hinhört könnte jetzt sagen okay das ist dein eigenes kids von materia zum beispiel was das ja überhaupt nicht abbildet das viel mehr dimensionen mehr dimensionaler ist an vielen punkten da kommt wieder der sanftmütige proll rein und halt auch dieses gefühl dir gegenüber da ja den subversiven kuscheltiger irgendwie da zu haben also der so zum einen zum zum einen vermisst du unkonventionelle punkige attitude so was man da drin hat aber bist doch an diversen punkten abgeklärt und 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 fein damit und man fragt sich dann das meinte ich vorhin mit diesem will man es jetzt zu sehr entmystifizieren okay wo wollte er jetzt eigentlich wo wollte er jetzt eigentlich drauf hinaus also es klingt einfach nach so einem interessanten hybriden ja will er forciert er die rebellion forciert er also was 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 vermisst er was was fehlt ihm obwohl er irgendwie gefühlt alles alles hat und auch so lebt wenn auch in gedämpfter form weißt du was ich grob meine lasse ich mich überlegen ob ich es verstehe was du meinst also den den umkehrschluss zu material muss jetzt erst mal verdauen aber aber verstehe ich schon der ist nicht und nicht unberechtigt also weil der ansatz aber den also im endeffekt könnte man auch nee egal wäre auch abenteuerland wäre auch ein pendant dazu warte mal als also von pur oder ja ja ich habe die worte ja auch einer fiktiven anderen person in den mund gelegt ja also es war ja ich habe ja ich habe ja gesagt jemand der das irgendwie eindimensioniert sehen wollen würde könnte da jetzt deine hauseigene version von kids 2 oder kids von materia drin betrachten aber ich sehe da natürlich auch viele andere aspekte drin oder da den guten martin jetzt fronten zu wollen ja aber ne also das wenn wenn ich dann doch mal in richtung thema gehe dann und es wird halt nicht so doch ein bisschen versucht analytischer so wie bei menschen fresser menschen oder bei dem biografischen track plastik plastik gelernt habe wie das heißt dann danke dass du das weil ich hätte ich hätte jetzt echt irgendwie warte mal plastik oder so plastik also hast du mir quasi jetzt habe ich habe ich mich geoutet dass ich schon angst hatte davor den titel auszusprechen aber ich auch dass du das schon ich weiß auch immer noch nicht genau ob es stimmt aber ich habe es mir dann halt auch von den journalisten vor dir erklären lassen weil ich den halt noch nie ausgesprochen lustigerweise habe ich auch noch nie drüber nachgedacht wie man den ausspricht weil ich es halt wirklich nur vor ort kenne also ich kenne das nur in gelesen als ja ja ne und weiß dass das das ist aber ich habe noch nie mit jemand drüber geredet ähm ja aber auf jeden fall ja ist die intention dann wahrscheinlich auch ähnlich banal aber natürlich aus meinem härtelevel was halt sagt okay äh wenn jemand anders also ich habe mir dann einfach auch nicht über jemand anders was gedacht aber äh so dass ich für mich wahrscheinlich den selben gar nicht so originellen ansatz habe zu sagen ey das ist mir alles ein bisschen zu zu clean und zu bla und zu bläh und äh ne das ist einfach auch ein ja rotzigkeitsanspruch so und dann ist es vielleicht als song konzept als song idee gar nicht so mega äh individuell muss es aber auch gar nicht sein erstmal geht es halt um mega geilen mega geilen äh sample und der rest macht dann einfach auch spaß und es ist halt dann auch was wo ich bock hab äh das laut zu sagen und äh mir vorstellen kann dass das auch spaß macht live zu spielen einfach nur als es ist einfach wie ein sauflied ein bisschen ein bisschen schlaueres sauflied dann vielleicht ja voll und äh eben schlingensief nicht ganz so schlau und äh ganz so konzentriert um dann den twist zu zu schweinesonne äh ziehen zu wollen also ich sag ja es ist für mich so eine inhaltliche klammer bei ninja punks freaks kings und schweinesonne und äh ähm vielleicht ringe ich immer noch mit den den richtigen worten aber ich ich fühle es halt zu zu 100 prozent also es ist genau dieser schmale grad dieser gesunde mittelweg den ich den ich empfinde mit nicht allzu viel verletzlichkeiten da rein zu gehen so einem eigenen präferenzspektrum was jetzt nun in sich stimmig wirkende sprachbilder angeht aber auch die stimmung auszudrücken dass äh äh rebellion zu einem gesetzten und in sich zufrieden im teil deiner persönlichkeit halt immer irgendwie einfach so ein gewisser anspruch sein werden ja egal auf egal auf welchen ebenen und das klingt ich glaube das ist alles das ist glaube ich die sprache dafür das ist das was das so erfrischend macht weil ähm so rebel without courses das kann doch mega anstrengend sein ja also ich finde ähm ich finde den gegenentwurf ähm das äquivalent per se immer spannend auf diversen ebenen egal ob es jetzt im politischen aktionismus oder in äh diversen kunstformen ist aber wenn das ganze so weh so gefühlt gar keine verankerungspunkte hat und äh natürlich auch erfrischend frech neu kommen kann äh ermüdet mich das aber auf lange sicht und ich glaube das ist äh ähm ähm es wirkt ohne ohne das genau benennen zu können irgendwie begründet und in sich stimmig und äh du hast es jetzt auch gerade gut nochmal gesagt dass äh dass es nicht äh nicht überall immer die lösung zur gleichung braucht ähm aber ja ich glaube ich glaube das würde ich dir jetzt mal unterstellen in meiner wahrnehmung dass das vielleicht äh so mit eine triebfehler ist weil bei der art tracks es muss ja auch passen so also es wäre ja einfach auch vermessen oder äh banane also wenn wenn ich jetzt ein ptk nehme der es schafft halt über einen ganzen track äh eine gute botschaft und gute sprüche und gute querverweise und auch noch eine catchy gehuckt oder eine ansagige hook die halt ne hinzukriegen oder jetzt zuckimäßig halt äh ein thema komplett krass äh auszuarbeiten so ne das schaffe ich dann mal vereinzelt meist aber auch nur weil es dann entweder autobiografisch ist oder irgendwas was ganz tief in mir drin sitzt aber ich bin dann halt einfach auch nicht der stringente durcharbeiter ne auch wenn ich das jetzt ptk nicht unterstellen will so weil der das einfach glaube ich einfach diese diese arbeitsstruktur hat äh die kann und will ich auch nicht so richtig ne ich will dann schon noch ein bisschen äh schwimmen so ne ich will dann schon ein bisschen mehr so ne und dann also ne das ist glaube ich dass ich halt auch viel gelernt habe oder das beim mucke machen ich dann auch von dem sehr verkopften menschen sehr froh war da auch äh mal frei wieder ein bisschen freier sein zu können und schwimmen zu können und gedanken flowen zu lassen und wirre bilder entstehen zu lassen die auch keinen sinn ergeben oder sachen zusammenzusetzen so und das mag ich schon noch sehr ne entgegen einem wirklich krass stringenten durch konzeptionierten oder durchdachten guten themensong so ne das wird wird auch immer nochmal stattfinden aber ich mag es dann auch wenn es einfach ein lustiger wabernder haufen ist wo dann auch mal ein guter spruch ist wo auch mal ein schönes bild ist wo auch mal ein blöder spruch ist und ein beklemmendes bild oder einfach nur so ne ich mag dann schon diesen diesen hybrid da kann man eigentlich auf gute romane belletristik oder filme adaptieren mich amüsiert das immer in den rezensionen oder den kritiken wenn dem eine sehr gering frequentierte erzählt dichte unterstellt wird oder einfach plump da passiert ja nichts ja also die wo für mich dann so eine gewisse feinsinnigkeit mitschwingt für atmosphäre für dialoge für sehr aus ein sehr ausgekleidet das miteinander oder das vertiefen einer einer situation und da übertragen in dem musikalischen bereich ohne da irgendwen zu nahe kommen zu wollen habe ich es ist das für mich auch das durchatmen also ich mag auch bei sowohl bei film als auch bei oder sag ich mal bei bei erzählungen verallgemeinert ob jetzt literatur oder film aber auch bei musik nicht den die aneinanderreihung von 13 themen tracks ja so und so hast du habe ich das gefühl bei dem album warum es auch so meine sprache ist da gibt es für mich gefühlt so drei vier fünf grundthemen die dich in diesem jahr entstehungs sehr beschäftigt haben die wiederkehrend sind entweder selbst referenziell oder auch etwas etwas globaler gedacht und das ganze wird zwischengepickt mit mit lyrischen gemälden die so in dieser in dieser galerie zu verorten sind an der stelle und viel schön viel verschnörgelt überall auch schön viele serifen dran an denen an den texten daneben und ja das ist ganz klar ein ästhetik empfinden und ich finde es dann aber auch gut dass was meine aufmerksamkeitsspanne angeht dann kommt halt so ein track wie und da kann ich ja mal darauf einsteigen wie menschen fresser menschen ja wo der dann auch meine volle konzentration hat ja nicht dass ich vorher ab abwesend war aber du hast gesagt du brauchst das schwimmen und ich bin dann halt mit geschwommen vorher und da bin ich dann irgendwie voll anwesend das war so der nährboden dafür ja ja also das klingt jetzt auch wo du das so ein bisschen mir spiegelst klingt könnte das auch total durch konzeptioniert sein aber es ist halt wirklich nicht so weil es halt wie gesagt da auch dieser schwimmer kiffer impuls ist so dass das auch so zu mögen dieses rum also so träum mäßig und dann halt auch okay bei einzelnen sachen macht es dann auch wieder spaß sich da wirklich durch zu durch zu fuchteln so das kann also wer hat das so schön gesagt meckes hat es gesagt der miss erfolg gibt mir gibt mir unrecht der miss erfolg gibt mir recht in dem fall zwei punkte meiner positionierung in der rap welt so wenn es wenn wenn es oder es wäre ein sehr beschissenes konzept so was dann halt nichts bringt so also wenn wenn es durch konzeptioniert wäre dann hätte das den grund dass es erfolg bringt ist ist ja noch dann meine meine sparte meine bubble und somit mag man mir die ehrlichkeit da zugestehen dass es einfach nur aus dem bauch und oder aus aus dem gefühl auf eine art wie ich das halt selber mag mache aber meckes meckes wo du meckes sagst dir muss man aber echt mal mies schaut oder ich war so gefriest dieses jahr was für künstlerisch von vorn bis hinten stimmig wirkend oder stimmig wirkend ist auch so blöd das das wirkt so konzipiert also mir haben die meckes hat ja ein album released ich glaube pool heißt es mit diversen single auskoppelungen und ich war einfach von dem luxus sich diesem künstlerischen freigeist hin zu geben mega positiv berührt also das ist ganz großes kino gewesen also für mich empfunden ich war da so überrascht weil ich fand meckes immer interessant signifikanter teil der orsons solo habe ich das immer mal so gehört aber ich war echt überrascht wie in sich stimmig und und perfekt das alles wirkte rein atmosphärisch gedacht ja ja muss ich muss ich auch sagen ich habe das noch nicht komplett gehört ich habe jetzt nur das interview zum album gehört und habe daraufhin dann zwei songs glaube ich nur gehört aber das hatte ich vorher auch schon also das ist einfach theoretisch ist das ein kompletter antagonist also ist eigentlich kompletter gegenspieler müsste er sein zu mir weil es alles viel zu sauber also weil er als typ ja viel zu nett und zu hübsch und zu gut gewachsen ist so also ne aber das war auch das was ich überraschenderweise wo ich mich auch wirklich selber was wo es mich selber überrascht hat dass sowohl die orsons alben also die nach dem mega albernen quatsch die danach als auch die meckes alben dass das zwei zwei waren es bisher ne ich glaube mich einfach gut fühlen haben lassen im sinne der kreativität also da einfach ne einfach zu machen und das hat der kleine das kleine schmuddelkind hat sich da so ein bisschen gewährt so noch am anfang aber natürlich doch geil sodass das tilt album war glaube ich einzige album nach pöbel jetzt vor pöbel jetzt aber das einzige album was ich dreimal hintereinander gehört habe also dreimal hintereinander komplett durchgehört das habe ich damals bei harnkampf zweimal glaube ich geschafft am küchentisch sitzend bei meckes war es immerhin im autofahren da hatte ich eine längere strecke aber das trotzdem finde ich eine respektsbekundung und ja bei pöbel was dann jetzt auch aber da ist die intention dann halt da war es dann ja auch unterhaltsamer aber jetzt sagen wir mal ein schlaues musikalisches album so ja ne shoutout finde ich gut aber das neue habe ich noch nicht gehört meckes oder pöbel jetzt die letztlich meckes meckes pöbel habe ich sehr viel und alles gehört ja voll voll ja diese verdichtung aus spaß dabei atmosphärischer komponente und eloquenz ist halt mega also das paart sich in in sehr wenigen exponaten in dieser form aber nee also du weil du es angesprochen hattest hat es mich einfach mal interessiert weil ich von mir selber überrascht war es war ich habe schon immer die die achtung davor gehabt weil ich gemerkt habe dass es an vielen punkten experimentell und traut sich was aber hat nie immer mein duktus getroffen und jetzt war ich einfach so das finde ich auch toll jahr für jahr so überraschungskandidaten die du schon lange auf dem schirm hast und die dich dann halt genau mit diesem projekt irgendwie dein präferenzspektrum abbilden ja das war ich echt positiv tangiert aber nicht lass uns nicht so lange da verweilen zurück zu mir zurück zu dir ja genau nee ich fand ich hatte den spruch so mega geil aus dem tarik interview das war jetzt auch gar nicht geplant aber ich habe jetzt auch letzten podcast über neid gehört dann habe ich auch sehr viel gelernt das finde ich auch ganz gut aber das wäre jetzt wann man sich auch neid leisten kann und wann neid auch vollkommen gut ist also jetzt nicht nur weißer neid also positiver neid sondern auch neid generell deswegen ja deswegen rede ich generell nicht mehr über andere künstler nein spaß ich glaube ich glaube ich habe das das habe ich gesehen mit mit tarik was was du meinst und ja ich meine neid zeigt dir aber das ist dann ja für dich wahrscheinlich auch vor der doku nichts neues gewesen zeigt dir halt einfach was du gerne haben möchtest und das das mag jedem gegönnt sein es ist kann der auch was verraten über dich und dann real abschätzen ob du ob du richtig bist in der situation in die du dich wünscht oder ob du dir anteile davon in deiner wahrheit erarbeiten magst also finde ich finde ich ein spannendes thema aber ja überhaupt kein ding neid wenn es nicht mit missgunst gekoppelt ist naja beim neid ist ja ein teil auch missgunst also klar neid hat zum großen teil also das muss muss ich jetzt ja es gibt ja verschiedene formen von neid also es gibt ja den ich weiß nicht ob man das jetzt nicht mehr so sagt den weißen neid so war es mal definiert so kannte ich das ist es einfach dieses nacheifern dieses imponieren dieses anstreben das ist ganz klar was positives weil es sich motiviert dann gibt es einfach auch den eine art missgünstigen neid aber möchte in dem fall vielleicht wirklich auf den podcast von anekdotisch evident super kann ich nur empfehlen ein bisschen schwieriges schwieriger titel hätte ich jetzt ein bisschen in der pr ein bisschen anders gemacht aber es ist sehr cool und da ist zum beispiel auch also das klar dass dieser nacheifer neid dass der okay ist weil das ja motiviert und super 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 aber das alles andere dieser teilweise missgünstige neid oder der ja der klassische neid eigentlich immer was schlechtes ist was ja auch nicht sein muss also neid kann auch vollkommen berechtigt sein wenn er halt aus also wenn ich zum beispiel neidisch bin dass du dein schulgeld oder deine grundvoraussetzung sehr viel besser sind dass dein papa alle deine tennis stunden bezahlt hat und ich musste mir die halt bei rewe stundeslohn mindestlohn irgendwie verdienen um auch tennis spielen zu können dann ist das ein vollkommen berechtigter neid also es ist ein neid also ich neide dir deine dein dass es so gut geklappt hat weil ich schwerer hatte so und das ist auch nicht das ist nichts schlimmes sondern es zeigt einfach auch ja soziale umstände auf ne und instinktiv hätte ich das vorher anders gesehen instinktiv hätte ich vorher gesagt ja okay ja also ist schon kein feiner charakterzug so ne aber das ist vollkommen okay ich darf da ich darf darauf neidisch sein oder ich darf da neid empfinden und sagen verdammte hacke alter ich habe mir den arsch aufgerissen so da um dahin zu kommen und du warst halt einfach nur schön und reich so und das darf ich dir neiden in dem sinne nicht dass ich das genauso will aber ich darf den umstand scheiße finden also das kam darin das kam darin vorne fand ich fand ich schon spannend und so kann ich auch sagen ich bin auch neidisch das ach random egal nee will ich gar nicht zu weit reden die frage ist ja auch was du daraus machst also in welche handlungsebene bringst du das was was du schon sagst sich kurz den umstand vor augen führen vielleicht auch sich selber vor vor augen führen unter welchen umständen man vielleicht die dinge die ein bisschen her getrieben haben auch geschafft hat ja man kann daraus ja aus den unterschiedlichsten blickwinkeln resümes ziehen wenn sich die missgunst dann insofern transportiert dass man jemand anderem es schwerer machen möchte ist das natürlich der der falsche weg aber an sich solche dinge festzustellen und dann abzuwägen oder an sich auch zu forschen an sich selbst zu forschen was man damit macht und und welche vor und nachteile es einem aufweist ist ja per se interessant ja also da hast du ja noch niemanden steine in den weg geräumt so also es wäre eine ganz miese selbstverdrängung wenn du oder auch selbstverleugnung wenn du dir die emotionen nicht zugestehen würdest du ja ja auf jeden fall nee klar im kern oder in der reinen rangehensweise wäre es dann nicht da ich sage ich muss aber dem dem blonden bonzen kind die knie brechen das wäre ja auch schön damit er es nicht damit er nicht so gut zum tennis spielen kommt dann sind wir auf einem level sind andererseits habe ich auch kein gegenentwurf weil ich kann mich ja mich selber auch nicht in mega locker flockig blond gelockt vorstellen aber ja klar erst mal geht es darum den missstand aufzuzeigen und da da dafür damit da dazu darf ich auch einfach sagen scheiße finde ich zum kotzen sondern das darf auch sein und das das ist kein das ist kein niedriger charakterzug nein definitiv nicht aber guter guter twist ich habe schon dreimal angesetzt lass man könnte ja daraus zum beispiel auch trommelwirbel brücke schlechthin ein einfaches feindbild entwickeln zum beispiel also du als ja was ist ich benachteiligt das individuum auf mich als als blond gelocktes tennis spielen das individuum mit mit dem silbernen löffel im mund ja und bei einfachen fight bildern könnten wir doch einen perfekten einen perfekten spagat zu deinem tollen track menschen fresser menschen den ich jetzt schon vier oder fünf mal angeteasert habe wagen indem du sinngemäß über eigenempfundene unebenheiten die eigene geschichte oder auch die globalität betreffend eben sprichst ich mag den refreng ebenso in dem im sinngemäß gesagt wird mal den teufel an die wand und dann guck ihn dir an er ist so schön ist so schlau ist so dumm ja also das ist im grund genommen geht es für mich um um einfach geschaffene feindbilder um darum einzelne protagonisten zu hassen ohne den geist dahinter zu erkennen und und ja also du das ist eben das ding das ist einer dieser tracks der eben wirklich sehr direkt auch anspricht worum es geht du sagst ja auch eure stigmatisierung ist nur ist nur soft faschismus und da sind wir bei stigmatisierung oder pauschalisierung an sich birgt halt viel gefahr ist simpel zufriedenstellend ja und halt auch so abbildend für das was gesellschaftlich gerade in diversen verwirrung auseinandersetzung passiert egal auf welchen ebenen und es ist eine tolle ansicht irgendwie also es ist nichts was ich vorher nicht auch schon empfunden habe während du ja auch sagst dass dies dass sowas temporär okay ist ja also für den kurzen moment für die eigene befriedigung wütend auf ein herausgelöstes stück des kontextes zu sein oder eine einzelne person mag vielleicht kurz mal gehen ist auch zutiefst menschlich aber dennoch der der blick von oben drauf die ganzen vernetzungen und verzahnung untereinander ist halt super notwendig und vielleicht auch einfach zu erkennen was im kern der sache schief läuft ja aber natürlich auch wahnsinnig utopisch an diversen stellen wie also es klingt 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 super an manchen punkten halt theoretisch gut und dann die frage ja übertrag mal die praxis also warum warum läuft es denn nicht so weil da weil das ja nicht ein schritt ist man kann nicht sagen okay ich kaufe jetzt kauf jetzt jeder stadt einen sozialarbeiter mehr und dann ist plötzlich alles super aber das war dann sonst war das genau wie bei allen anderen schwierigen themen halt ein ein riesiges kuddel muddel aus vielen sachen ist also das muss dann schon klingt jetzt sehr plakativ aber so ein umdenken halt stattfinden also es ist ja teilweise auch schon da aber dass da ganz klar die 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 ursachen forschung auf einem ganz anderen level stattfinden muss also jetzt wenn man jetzt als als böses das gegenbeispiel dieses killerspiele gleich amokläufer ding nimmt und dann einfach sagt so ne ich habe hier einen vier vier eckigen roten klotz und da habe ich einen vier eckigen schwarzen klotz und die haben sich gegenseitig begründet und jetzt sind alle doof also also ne da muss dann das ja komplett aufgegriffen werden und eigentlich ist das ja auch schon da also die sensibilität also in einer gewissen bubble aber ich glaube die bubble ist gar nicht mal so klein ist ja dieses ist ja das bewusstsein über solche abläufe solche psychischen abläufe denen ist das ja auch schon klar und das ist ja eigentlich auch kein mega heller keine mega helle erkenntnis die ich da grundsätzlich wenn man so auf einen satz runter bricht ist sie auch ist ja auch nicht so krass was besonderes aber nur in der ausarbeitung fand ich es dann halt würde ich das mal ein bisschen auszuführen und hat meiner gefühl nach auch noch nicht so stattgefunden so dass man sich das einfach mal vor augen führt also wie du hast eigentlich schon ganz gut das ist eigentlich der impuls über dieses instrumentalisierte plakative feindbild geht so ne was einfach schwachsinn ist so was uns halt einfach auch nicht weiterbringt das ist halt das problem deswegen ist es ja sind da auch sehr viele ausweich möglichkeiten innerhalb des textes wo man sagt okay wenn ich selber ein opfer oder ein geschädigter von häuslicher gewalt bin oder von anderen sachen dann bin ich gerade nicht der richtige ansprechpartner für diesen song oder bin ich auch nicht der ansprechpartner um konzepte zu entwickeln wie man sowas vorbeugt vielleicht schon aber da geht es halt um eine andere filigranität oder um eine andere weiter denken wo denn da die ursachen sind und dann natürlich wäre es sehr schön im umkehrschluss wie man auch diese ursachen halt vorbeugt aber das ist schon ein gesamtkunstwerk sowas zu machen also in wertigkeit in sensibilität in psychischer betreuung aufmerksamkeit also das ist muss dann schon ist schon ein mindset was viele menschen haben denke ich mal was dann aber natürlich noch auch von staatlicher oder sozialarbeiterischer seite natürlich auch noch umgesetzt werden müsste um das wirklich aktiv aus also nur das nur das ein eine eine schlaue frau mit 35 das empathisch und ihrem von ihrem horizont versteht reicht ja nicht aus sondern ich will hier wir sollten ja strukturen geschaffen werden um das halt aufzufangen oder natürlich sowohl strukturen im sinne von sozialarbeitern und therapeuten oder irgendwas als auch äh gesellschaftliche strukturen wo das bild halt in der gesellschaft auch geprägt werden muss also wo so ein umdenken stattfindet was ja zum glück jetzt gerade auch mit me too kampagnen und äh generell was so ein bisschen böse unter diesem äh woke ding äh passiert äh auch passiert ja also das kann man nicht an 3 bis 15 streng alleine festmachen sondern es muss schon ein gesamt äh mindset sein und dann denke ich mal ist auch eine möglichkeit da auch ranzugehen also der ich habe das jetzt auch ein bisschen skeptisch abgerundet meine ausführung ich muss dazu sagen dass der track echt impact hat also zum einen ist die sound situation mega beflügelnd also es klingt nach aufbruch ja das und das in konsultation oder verbindung zu diesem thema kenne ich so auch noch nicht also er hat mich auf der gefühlsebene mega abgeholt ist tatsächlich auch das lied was ich am meisten gehört habe losgelöst vom album schon immer an dem versuch es durchzuhören aber dann einfach mal so ich hatte bock zum sonnenuntergang gelb geschwängerten himmel zu diesem lied gerade da lang zu laufen und das ist erklär mir mal den blick gerade den habe ich schon zwei dreimal wahrgenommen bis das ist das unverständnis oder überraschtheit oder das ist positive überraschung oder die die schönste version von verwirrung okay cool cool okay das ist ich frage lieber immer einmal mehr nach danke da war ich jetzt so ein ich hatte ab das jetzt so ich hoffe vielleicht habe ich auch irgendwas nicht verstanden als ich so das gefühl hatte du würdest jetzt so ein la la land atmosphäre zu dem song empfinden was ich grundsätzlich gar nicht falsch finde so aber dass du sagst das ist total schöner oder irgendwie erkläre ruhig noch mal egal ich lasse es einfach so stehen nee nee genau genau ich führe weiter aus ich wollte bloß ich finde das immer besser also einmal mehr kommunizieren ist ja immer besser als einmal weniger und ich hatte mir das vorhin schon vorgenommen diese diese stirnfalte die damit schwankt die wollte ich noch hinterfragen sozusagen jetzt 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 kann ich sie deuten noch witziger ist dass ich gestern mit meiner freundin la la land geguckt habe tut mir leid aber wo ryan gosling und emma stone drauf steht da muss ich dann doch immer mal rein illern auch wenn es ein musical ist genau nein auf diese art atmosphärisch ist es natürlich nicht denn du sagst ja etwas wie du schon gesagt hast es ist jetzt kein inhaltlich betrachtet kein novum für mich aber schon aufgrund der musikalischen untermalung und und auch weil es deine sprache ist weil eben ein vandalismus das gesagt hat und es ist ja es es scheut keine unangenehmen wahrheiten aber sagt ja im kern wie du schon auch gemeint hast im subtext dass das intellektuelle verstehen dieser mechanismen von wenigen intellektuellen ja vor 200 jahren auch schon mit anderen vorzeichen oder anderen zeitlichen historischen gegebenheiten so in irgendwelchen schriften zu finden war ja aber dass wie du schon sagst ja die strukturelle voraussetzungen dies so zu ermöglichen egal um welche gesellschaftsbereiche es geht eben in der praxesebene einfach noch fehlen von daher ist ist das thema selbst wenn es noch 50 mal von anderen menschen anderer couleur oder mit 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 sag ich mal einer anderen gefühlssituation sound situation thematisiert wird niemals fehl am platz so wie auch der wie die die journalisten innen journalist innen das halt gerne auch so sagen selbst der 150 obligatorische afd song immer noch sein sein wert hat wenn das der künstler mit der ihm zur verfügung stehenden sprache eben so in den raum schickt ich würde mir aber mal ein krasses oder eine du hast vorhin gesagt du greifst dir so die krasseste situation raus mit dem mit der assoziation videospiel geballert gleich amoklauf interessanter ist halt auch noch du nimmst referenz auf ein sehr redundantes feindbild in der gesellschaft den kinderficker also hier schau dir den kinderficker an ich hätte vor zehn jahren auch noch gesagt da verstehe ich keinen spaß schwanz ab ja und inzwischen habe ich aber auch eine schon sehr lange fast zehn jahre eine frau die mit psychisch kranken zusammengearbeitet hat über schizophrene depressive bis hin auch zu pädophilen ja die sich selbst kastriert haben und weiß halt inzwischen dass diese rehabilitation super notwendig ist und dass die tatsache dass eben hier nicht einfach schwänze und eier abgeschnitten wurden sondern mit den menschen therapeutisch gearbeitet wurde dazu geführt hat dass man dinge gelernt hat aus diesem krankheitsbild und die auch auf der handlungsebene oder in zwar noch nicht in vollkommenheit aber auf diversen ebenen etabliert ist und dass auch wenn man es nicht so empfinden mag die die tatsituation oder die tatsächliche praxisausführung der der täterebene so nicht mehr stattfindet in der häufigkeit ja dann weil bestimmte leute eben erkannt haben dass es hier nicht nur um einen einfachen trieb geht sondern um einen komplexeren gesellschaftlichen zusammenhang auch egal was jetzt die pathologie des des einzelnen ausführenden angeht ja oder auch die darum stehenden ob es nun die mit dem zeigefinger psalmodierenden leute sind die auf die delinquenten zeigen oder die leute die betroffen sind ja und ich verstehe was du auch vorhin meint ist dass wenn man betroffener ist also sprich dein eigenes kind dem zum zum opfer fällt dass du dann nicht die adäquate person bist um das neutral oder medizinisch objektiv zu bewerten und vielleicht auch handlungsraum zu schaffen und und das ist ja die intensivste form für mich die 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 da irgendwie so mitschwingt an den praxisbeistilen die in deinem track auftauchen und 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 das ist es aber der die emotion die wut die tonalität der betroffenen oder auch die selbst empfundene betroffenheit auf die man sich ausschließlich fokussiert steht halt der lösung im weg und dann ist es natürlich war wenn man sagt eure stigmatisierung ist ist nur soft faschismus natürlich aber an individuellen situationen und zwar den der betroffenen ja auch total nachvollziehbar also das macht das thema so schwer und du und du simplifizierst es ja auch nicht also es ist ja nicht so dass du es verharmlosen würdest du nee nee genau das ist ja ganz wichtig einfach nur dass und dass man das als zwei komplett unterschiedliche bereiche sieht also gerade für den persönlichen bereich gestehe ich da ja vielleicht sogar noch mehr zu als ich in dem text sogar sage auch da würde ich auch auch das würde oder sag ich mal die rangehensweise oder die denke die an diesen song rangeht oder die an diesen text rangeht dieselbe berechtigung würde auch in der kastration stattfinden so von einem opfer also ausgeführt von einem opfer oder einem angehörigen von einem opfer weil das derselbe impuls ist und auch der bloß das war nicht die sichtweise die ich halt zeigen wollte selbst die würde ich in dem song oder habe ich auch versucht in dem song aber auch da weil es wichtig ist weil es so ein komisch schwieriges thema ist mit zu implementieren dass selbst das auch in ordnung ist so aber mir ist halt trotzdem noch um eine andere sichtweise geht na aber denke mal trotzdem wichtig dass selbst das also dazu ist das thema zu heikel um das nicht auch mindestens noch mit stattfinden zu lassen ja super also wie gesagt ich ich finde die die differenz die differenziertheit ist drin und es ist eine teilwahrheit die die so in mir auch schon stattgefunden hat und ich finde das auch toll wenn ich sehe entweder an mir selbst oder an anderen menschen selbst auch in in kleinen situationen die vielleicht auch nur zwei oder dreier grüppchen betreffen egal in welcher ausrichtung dass das ansiedelbar ist also ganz nach der mentalität wertschätzung und fokussierung auf das halb volle glas es fehlt noch an allen ecken und kanten aber es ist einfach toll zu sehen dass hier und da kleine inseln entstehen in denen die menschen einfach raus zoomen und ein bisschen assoziativer denken multifaktoriell und wenn es auch wenn es gar nicht auch wenn es noch nicht stattfinden kann und wenn es vielleicht auch gar nicht die zeit ist oder nicht die situation aber mir ging es halt um diesen point of view ne so weil einfach auch aus also teilweise natürlich aus einem gewissen abfuck heraus also also der erste impuls für den song war ein abfuck so ne das aus dieser doppelmoral heraus ne dass sehr viele schlimme sachen passieren aber dann diese instrumentalisierung von feindbildern ne dass sich da immer sehr leicht gemacht wird ne und ich immer das gefühl hatte oder das wahrscheinlich so ist oder es ist so dass das sehr viel bandbreitiger ist ne so und zweiter impuls war dann natürlich auch aus der rolle des täters also das der rolle des menschen der schon sehr viel falsch gemacht hat und auch menschen verletzt hat und das auch erst später verstanden hat ne und des versagers halt also dieses schrägstrich täter schrägstrich versager ne genau das waren so die haupt impulse und dann beim schreiben beim aufarbeiten ist es dann halt ein bisschen breiter noch geworden ja so ja 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 gibt für mich dann auch wieder eine schöne querverbindung zu dem stört so eine skit der auch auf dem album ist vielleicht wenn du magst wenn ich auch okay ich habe ich habe es nicht erkannt kannst mir ja noch kurz erzählen wo woraus das stammt oder worauf das referenz nimmt aber sagt ja im kern auch aus ich will jetzt auch nicht den leuten die leute zu viel spoilern wenn sie das album noch nicht gehört haben wie menschen halt einfach dazu neigen egal in welcher situation die schuld im moralismus des gegenübers zu suchen immer immer von sich weg und dass das das konsultiert ja so ein bisschen mit dem thema also gerade solche selbstgerechtigkeiten einfach geschaffene feindbilder fokussieren sich ja eben nicht darauf welche stellschrauben vielleicht man selber drehen könnte welche entscheidungen man eindeutig von sich weg oder auch definiert von jemand anderem weg treffen könnte ja klar das ist natürlich das ist ja dann der der punkt der doppelmoral halt auch zu dem stört ohne ja kann ich gar nicht so beziehungsweise habe ich jetzt auch schon relativ viel gesagt deswegen würde ich fast bin ich fast geneigt dich abzuwirken und zu sagen das habe ich jetzt schon dreimal erzählt vielleicht ist das einfach nicht so mega spannend weil sie sie hört die anderen hört die anderen podcast meine lieben freunde das nur weil ich weiß nur ich weiß dass das wir uns lieb haben und ich das mit ihr machen kann und es ist in dem fall komplett dem ursache dem verursacher geschuldet was ein sehr guter freund ist und der sich einfach das ausgesucht hat aber der weiß nicht mehr woher wo es so viel sei gesagt doch doch ja du ich da leben auch noch viele andere angriffspunkte in mir ich wie gesagt ich mag einfach die heterogenität auch in solchen tracks wie tentakel oder i4 hardcore katzen gott hat mich komplett weggekickt mit mit dem das album abschließt also leute macht euch führt euch vor augen es gibt ein lied das heißt lied skid artiges lied nennen wir es mal so dass das sich katzen gott nennt aber ich würde einfach aus dem grund heraus es sei denn du sagst jetzt edgar einfühlsam ich habe das bedürfnis hier mein persönliches alles gesagt zu machen ich weiß nicht ob du diesen zeit podcast kennt kennst der geht sechs oder sieben stunden teilweise und der gast beendet ihn aber aber nein also ich bin es ist es ist nach wie vor immer das ein hohes privileg mit dir zu referieren und mich auszutauschen aber aufgrund der tatsache dass ich tatsächlich echt schon wahnsinnig viel matsch im kopf habe ein unendlich 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 langer tag hinter mir liegt und ich ja dafür sind wir jetzt einfach gefühlt auf der gefühlsebene weg von von wertung oder irgendwas aber ich mich jetzt da auch nicht mehr weiter in adäquater verfassung empfinde dem irgendwie gerecht zu werden ja würde es einfach romantisch ausdriften lassen sollte sollte ich irgendwas die thema die nicht thematisiert haben wo du gesagt hast das hätte ich jetzt aber schon erwartet von dir dann sei dir an der stelle noch mal gelegenheit gegeben das abzurunden ne alles gut also matsch matsch kann ich unterschreiben also nicht matsch würde ich jetzt nicht sagen es ist eine wunderbare erledigtheit im kopf so deswegen und ich bin jetzt auch mit meinem logo endlich fertig ich hoffe das war die ganze zeit nicht unhöflich beziehungsweise hast du nicht gesehen weil ich muss bin habe die ganze zeit noch das iphone hardcore logo gezeichnet für spotify das ist aber soll mir nicht als unaufmerksamkeit ausgelegt werden aber ich habe gedacht du machst hast du notizen überhaupt nicht ne aber ich ich kann ich kann mich wirklich noch besser konzentrieren wenn ich was stoisches mache so und jetzt habe ich ein krakeliges 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 ich viel hardcore logo gemalt aussieht schön aus was dann gleich auf die auf das spotify cover kommt ne aber ich wollte sagen ne alles wunderschön und mit dir sowieso finde ich auch mal sehr gut und ne lass uns in dem wabernden haufen das auszuzeln finde ich gut finde ich finde ich ebenso gut neben unserem damaligen schnur telefon lag auch immer im flur ein kleines buch da war es usus dass jeder einfach da reingezeichnet hat war so eine art family black book während des telefonierens also nein ich nehme dir das gar nicht übel gerade wenn sowas schön ist irgendwie fühle ich mich dann mit dem single release auch gleich noch mal verbunden noch glaube ich wenn es dann wir haben heute montag in der woche bevor dein album rauskommt also übermorgen der aufzeichnung übermorgen ach du droppst gar nicht du droppst gar nicht ende der woche sondern in der mitte direkt ja ne die die single kommt übermorgen die single ich meinte das album also ich habe bezug aufs album genommen sozusagen genau also wir befinden uns stand der aufzeichnung heute am anfang der woche kurz bevor das album am 25 sechsten erscheinen wird und ich genau ich habe das ein bisschen miteinander vermix so viel zu dem matsch im kopf ich werde mich dann quasi sehr intim verwurzelt fühlen mit der single mit dem emblem der single wenn sie dann am mittwoch rauskommt so jawohl das wird ja auch gut gefallen ach ich muss aber ich muss hier noch eine ich muss ja eine ganz andere frage stellen weil das hat mich ja noch ein bisschen gebrannt hast du die serie gesehen die ich dir letzt mal so heiß blütig empfohlen wahrscheinlich ist jetzt eine enttäuschung weil wenn es so wäre jetzt mir vielleicht sogar geschrieben aber weil du ja auch dispatches from elsewhere ja mit jason siegel ja von von mit jason siegel ja haben wir relativ schnell nachdem wir unsere letzte virtuelle unterhaltung hatten mit mit kollege harti habe ich die mit meiner freundin geguckt und ich war sehr positiv tangiert auf vielen ebenen zum einen die die atmosphärische stimmung die der plot war auch toll die 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 figurentiefe die die fand ich toll auch dass das ein 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 eine transgender schauspielerin quasi dort dort mit zum hauptcast gehörte fand ich super schön ich war ein bisschen ich weiß nicht ob die vorbei ist also ist die 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 auflösung hat mich da ich glaube die letzte folge hat mich ein bisschen irritiert aber das hat nicht wettgemacht wie schön der weg dahin war also es war nicht ganz es war nicht ganz die entknotung die die ich vermutet oder gefühlt habe aber wie gesagt das tut dem keinen abbruch also es war nur so die letzten 10 15 minuten die nicht mehr ganz so meinen meinen präferenzen entsprach aber alles vorher das atmosphärische die ganze komposition fand ich toll ist das ist ja ja verstehe ich auch es ist ja vollkommen okay und so auch auch ehrlich also aber gerade weil der twist für mich halt voll mind-blowing war also ich fand den extrem geil weil ich beide beide komponenten also natürlich hauptsächlich diese leicht süffisante fantasy ebene mega mochte weil ich bin ja auch mega pushing daisys fan gewesen und ja da hat man glaube ich auch schon mal drüber gesprochen stimmt als leider stimmt ein fuller breit ich unterbreche aber ein fuller sein das sind halt markant dafür dass sie nie beendet werden also hannibal wurde ja auch nie wahrhaftig beendet aber war da doch irgendwie perfekt und in sich geschlossen für mich zumindest so genau und ich fand diesen twist halt hinterher für mich persönlich noch mega geil also diesen realen twist den ich auch verstehe wo man dem er vielleicht gar nicht haben will wenn man dann so ein bisschen in der leicht in der rotwein fantasy dings drin ist aber ich fand den halt halt cool und dadurch war das dann noch mal geiler also ich habe halt einfach zwei sachen auf einmal bekommen deswegen hat es mich halt komplett weg gehauen aber ist auch vollkommen okay wenn es nicht ist aber gut fanden tatest du es ja auch genau ich habe mega genossen es ist alles andere als verschwendete lebenszeit ich fühle halt auch jason siegel und was er da scheinbar auch an an gefühl rüber bringen wollte zu 100 prozent ich kenne ich kenne das aber auch wenn sachen einfach so krass mein blauen sind ist schade dass es für mich halt eher irritation hervor gerufen hat aber oder was heißt schade nächstes mega okay also ich bin total fein damit ich würde sie sogar noch mal gucken also das ist ja ja im wertung ist immer scheiße aber in dem neun von zehn dann bei mir ne so dass das das ende war dann nicht nicht ganz meins und jetzt interessiert mich aber noch mal was ich weiß nicht ob du das eher mit einem augenzwinkern anklingen lassen hast hast du lala land gesehen nö nö aber ich habe dann zufällig den haiti song irgendwie letztens weil ich höre eigentlich nie radio und ich habe jetzt ja irgendwie auch erst seit einem monat spotify und dann ist das irgendwie da mal aufgeploppt und dann habe ich dann lala land von haiti irgendwie mal komplett gehört aber klar diese diese art dieses ja ja diese diese art von filmen die früher wie hieß der noch mal von so ein guter nerd bin ich dann doch nicht Andrew Lloyd Webber oder bitte meinst du irgendwas musical referenzielles oder ne ne mehr sowas romcom mäßiges äh notting hill wie heißt der hauptstadtsteller äh u grant u grant u grant genau also so eine so eine romcom admo die man sonst u grant eher zuschreibt das war für mich lala land habe ich aber nicht gesehen vielleicht ist er auch total gut ne aber es ist ja kann ich kann ich insofern aufbrechen weil äh ryan gosling mit 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 u grant leicht zu setzen ist natürlich für mich äh frevelhaft ja ich weiß äh woher das kommt und ich äh ich hab den damals im kino mit meiner freundin schon vor jahren auf englisch gesehen und wollte echt im strahl kotzen als die eröffnungs sequenz los ging mit halt wirklich so musical-esk 50 leuten auf einer broadway brücke tanzend ja äh habe ich echt gedacht ich renne gleich wieder raus aber äh er ist er ist natürlich mehr also er besitzt absolute figurentiefe für mich äh hat akzentuiert äh sachen die in meinem präferenzspektrum ablaufen natürlich auch nur so eine acht von zehn weil da einfach anteile drin sind die überhaupt überhaupt nicht meint sind aber es ist halt äh eine sehr interessant zum scheitern verurteilte beziehung mit mit allen äh fantasie und 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 schmerzebenen äh sehr gut ausgekleidet rübergebracht und äh rübergebracht und äh ja von ach was soll ich sagen ist es dann also nee definitiv nicht äh romcom dafür zu viel figurentiefe aber äh ja also ich es ist jetzt nicht die epiphanie schlechthin ne aber ich wollte so ein bisschen gerade rücken ich hatte gedacht du hast den auch gesehen deswegen ähm hätten hätten wir hätte ich einen punkt gehabt wo ich mit dir gern drüber gesprochen hätte ganz kurz aber wenn du nicht so ist ich würde ich würde dir aber das versprechen äh geben den zu gucken extra um nächstes mal mit dir persönlich darüber reden zu können aber äh um mich selber da wieder ein bisschen rauszureißen äh meinte ich auch nicht das was wirklich notting hill oder you grant ist sondern äh das was man da ein bisschen mit assoziiert ja also mit diesem äh eigentlichen romcom ding was man natürlich als äh schmuddelkind ablehnt aber was ja gar nicht stimmt weil ne sehr viele gute notting hill ist ein guter film es gibt es genau wie tom cruise als schauspieler auch gute sachen gemacht hat ne was man aber seiner persona nicht ne also du weißt worauf ich hinaus will ja ist notting hill äh polar ich finde ihn gut ja echt also ich hab noch nie gesehen deswegen natürlich hauptsächlich wegen dem nebendarsteller diesen riss ethans ähm der sehr cool ist aber ist eine schöne also hast du pretty woman gesehen fandst du pretty woman gut äh pretty woman hab ich vor drei oder vier jahren mal aufgearbeitet einfach nur weil ich weiß nicht wirklich bildungsdefizit also ich hab halt ich hab's dann halt einfach gemacht aber ähm tatsächlich nicht ne ich fand die nicht gut ja glaube ich auch nicht dass der so jetzt funktioniert ich fand notting hill im endeffekt besser zu seiner zeit aber es steht halt einfach für irgendwas was man sehr gut halten kann berechtigter weise oder auch unberechtigter weise einfach mal zu lassen kann und ein doch einfach dann auch okay ist also guck polar opposite die serie die serie ergibt wieso sie weiß willst du das raus die serie gibt es da gibt es ein film ist nur eine serie weil wir jetzt gerade über filme geredet haben und falls du es nicht kennst dann klingt es so als ob ich dir jetzt einen film empfohlen hätte und du die abspeicherst ich hab dir irgendeinen film empfohlen du musst irgendwann mal einen film gucken ist von den rick und morty machen soweit ich weiß also die haben auf jeden fall mit reingemischt und der ist bei mir irgendwie komplett unter gegangen also ich habe da keine werbung zugesehen ist mir nicht gesagt worden ich habe sogar irgendwann mal angefangen als irgendein cartoon und dann so huch mega geil fast verpasst deswegen trage ich jetzt die kunde nach draußen die vielleicht auch jeder schon weiß aber ja check aus ja ich glaube das feierst du ich habe es mir aufgeschrieben ich würde halt nie ein film an anhand seines genres irgendwie pauschalisieren vor kurzem hatte ich auch mal ein social media aufruf nach guten komödien nach guten teenie komödien getätigt weil wir solche filme wie breakfast club clueless oder zehn dinge die ich an der hasse so so ein run hatten und ja mir dann aufgefallen ist klar zu 95 prozent ist dieses genre komplett für den arsch aber die fünf prozent filet stücken a la napoleon dynamite oder was weiß ich was es da noch gibt die ja die die sind halt geil also auch total subjektiv aber da bin ich ich bin der könig der der teenie komödien alter wenn ich irgendwas in diesem leben ich bin die reinkarnation von john hughes einfach ja geil also dein favorite mein favorite naja gut breakfast club ist schon der favorite aber kennt natürlich auch jeder ich würde jetzt einfach mal ganz schnell ein paar sachen runter rocken also kennt by me love mega summer school ist glaube ich nicht auf deutsch übersetzt worden bei mir mega 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 leicht zu haben leicht zu leicht zu ja ja sorry aber den feier ich einfach des todes natürlich ja 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 wie heißt ja im original leicht leicht zu leicht zu haben leicht in deutsch warte mal im original vor allem ich habe den ich habe vor kurzem erst leicht zu haben warum nicht gleich gucken ich hatte auch gerade noch einen den ich liebe er kennst du rushmore von 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 natürlich habe ich schon auf dem zweiten zweiten album schon gesampelt da muss ich easy a heißt ja übrigens einfach zu haben okay ja den englisch hätte ich jetzt vielleicht aber ich bin ja dann möchte es ja auch für die allgemein rache der eierköpfe äh auch ganz äh gibt es äh mega viel ähm im weiteren sinne dann auch äh christian slater ähm gleaming the cube ja kann ich dich totscheißen mit alter ich bin ja tiny warte mal warte mal christian slater der mit renona rider der äh ne hezzers ne hezzers ist auch noch mega episch äh ne ne hezzers ist auch ne überempfehlung äh ne aber in dem fall gleaming vor ein paar wochen erst äh aufgearbeitet übrigens so ja es kommt oder hazzards ist ja absolut äh most underrated ne äh ich glaube das das sprengt den rahmen aber das können wir gerne mal vertiefen auf jeden fall äh also Teenie komödien bin ich der ja king äh ich lasst lass lass mich versuchen das so stehen zu lassen wir sagen jetzt tschüss dass ich in so einer völligen überheblichkeit irgendwo mal rausgehe so das äh ich find's gut also keine sorge ich ich catch dich jetzt nicht nur das dritte mal aber äh solche äh solche wir haben eigentlich schon tschüss gesagt und jetzt kommen noch mal zehn minuten so so nebenkriegsschauplatz äh 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 segmente die sind ghettogold deswegen danke auf jeden fall für für diesen kurzen schlagabtausch ähm äh ganz lieben dank dass du dich äh mit mir unterhalten hast zu dem album ich feiere es des todes ich freue mich wenn alle anderen auch über die singles hinaus äh die dir wohl gesonnen sind und vielleicht auch noch drei vier mehr äh die dich sonst auf dem cover der juice erblick hätten irgendwie ebenfalls partizipieren von diesem schönen stück lebensgeschichte in auditiver form äh ganz lieben dank tausend küsse nach jetzt na du weißt schon wohin jetzt bald köln sie ich hatte jetzt ich hatte ich hatte mich ein bisschen gebremst wegen der stadt oder so echt krass köln ja cool nein also wir ziehen wir ziehen jetzt äh um demnächst ich ziehe jetzt nach köln man kann sich auch mal auf den besuch befasst machen weil da wohnen jetzt so viele über also über fedel meine cousine und ein anderer kumpel der jetzt noch hin sieht also das das wurde ja schon fast die ganze woche rechtfertigen mega geil freue ich mich ja dir die auch küsse küsse und wärme und liebe und bis bald hoffe ich auf jeden also macht's gut ihr lieben ciao